Hi guys, I'm welcome to a new video. My name is SJ Hart, thank you for watching. So ihr Lieben, es geht weiter mit unserem Adventskalender-Krimi-Buch. Ja, los geht's. Wir müssen erstmal die Seiten öffnen. Heute ist nämlich der siebte, also machen wir das siebte Kapitel auf. So, und wir fangen an. Erst als wenn der Pizzeria vorbeikommt, fällt mir wieder ein, dass ich ja mit Carlo verabredet bin. Zum Snowboarden. Aber die Pizzeria ist verschlossen. Und auch als wir klingeln, rührt sich nichts. Jetzt komm schon, drängelt Mia. Wir müssen zum Weihnachtsmarkt. Und wenn wir uns nicht beeilen, sind Schulze und Schröder wahrscheinlich verschwunden. Mia hat natürlich recht. Aber für einen kurzen Moment habe ich das ungute Gefühl, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Vielleicht ist Carlo etwas passiert. Vielleicht hat der falsche Knämpner Verdacht geschöpft und ihn in den Keller gesperrt. Oder in Fürth oder sowas. Und Carlos Vater hat gleich mit. Allerdings steht der Lieferwagen immer noch in der Einfahrt. Hey, ruft Mia. Jetzt komm endlich. Wir waren bisher erst einmal im Dorf, um mit unserer Mutter irgendwelche Sachen einzukaufen, die sie in der Küche brauchte. Und da haben wir nicht mehr viel gesehen als den Supermarkt und ein paar Läden, die genauso aussahen wie die Läden zu Hause auch. Den Platz um die Kirche herum kennen wir noch gar nicht. Und ich bin echt überrascht, wie schön es hier ist. Die Häuser sind alle uralt, mit geschnitzten Balkonen und hölzernen Fensterläden. Überall in den Dächern hängen Lichterketten. Genau vor der Kirche steht ein riesiger Weihnachtsbaum und auf dem ganzen Platz sind kleine Hütten, in denen irgendetwas verkauft wird. Die Schneeflocken wirbeln und es riecht nach Grillfeuer und frischem Tannengrün und Plätzchen und... Weihnachten! Wir gucken einen Moment zu, wie vor einer Hütte Kastanien auf einem offenen Feuer gegöstet werden. Am nächsten Stand werden Weihnachtsmannkostüme verkauft, rote Mäntel und Münzen und weiße Wattebärte. Gleich daneben gibt es einen Stand mit kleinen Holzfiguren. Dicke Engelchen auf Schieren, dicke Weihnachtsmänner auf Rudelschlitten und... Ein kleiner, dicker Bern-Sennenhund! Den kaufen wir, sagten wir sofort. Das ist das perfekte Weihnachtsgeschenk von Mutti! Irgendwie sind wir so begeistert von dem Weihnachtsmarkt, dass wir für einen Moment glatt vergessen, warum wir eigentlich hier sind. Erst als mich aus Versehen ein Mann anlempelt und noch nicht einmal Entschuldigung sagt, fällt es mir wieder ein. Der Mann hätte nämlich einen Jogginganzug an. Überhaupt gibt es auffällig viele Männer in Jogginghosen. Als wollen die Typen unbedingt beweisen, dass sie wirklich Urlaub machen. Und die meisten von ihnen haben auch noch Glatzen. Die Tarnung von Schulz und Schröder ist also gar nicht so dumm, denke ich. Das Problem ist nur, dass ich die beiden Jüngsten decken kann. Und ihren Boss genauso wenig. Sie müssen hier irgendwo sein, sagt Mia. Wir haben doch ganz deutlich gehört, dass sie zum Weihnachtsmarkt wollten. Wir drücken uns durch das Gedränge von einer Bude zur nächsten, bis wir direkt vor der Kirche stehen. Im Eingang ist eine Krippe aufgebaut, mit lebensgroßen Figuren, die wieder aus Holz geschnitzt und bunt bemalt sind. Maria und Josef und das Jesuskind, die heiligen drei Könige, eine Kuh, ein Esel und ein paar Schafe. Nur der eine Schäfer passt irgendwie nicht, finde ich. Weil es ja zu der Zeit, als Jesus geboren wurde, weder Jogginghosen noch Handys gab. Aber der Schäfer hat eindeutig eine Jogginghose an und ein Handy am Ohr. Das ist der falsche Kneppner aus Carlos Pizzeria, flüstert Mia im gleichen Moment. Und jede Werte, dass er gerade wieder mit Schulz und Schröder telefoniert, sage ich. Wahrscheinlich sucht er sie auch. Hier haben wir wieder ein Bild. Aber wo sind sie? fragt Mia und blickt sich rastisch um. Und dann hören wir plötzlich eine Stimme, die unseren Namen ruft. Max, Mia, Caruso, hier bin ich, hier drüben! Caruso fängt an zu bellen und zerrt an der Leine. Gleich darauf entdecken wir Carlo. Die Pizzabude, aus der uns zuwinkt, sieht so versteckt in einem Tor einfahren, dass wir vorhin glatt vorbeigelaufen sind. Aus dem Augenwinkel sehe ich noch, dass der falsche Kneppner hinter uns herblinkt, als wir zu Carlo laufen. Ich hoffe nur, dass er uns nicht erkannt hat. Gut, dass ihr da seid, begrüßt uns Carlo. Ich wollte eigentlich noch Bescheid sagen, dass ich heute Nachmittag meinem Vater helfen muss. Aber irgendwie habe ich es doch total vergessen. Sorry, Max, tut mir echt leid. Wir müssen die Snowboardstunde auch morgen verschieben. Wollte ich vielleicht eine Stunde Pizza? fragt Carlos Vater und wirbelt auch schon einen dünnen Teigfladen vor uns in die Luft. Caruso leckt sich mit der Zunge über die Schnauze und fing an zu sabbern. Echt nett, sage ich zu Carlos Vater, aber wir haben keine Zeit. Wir müssen nur ganz kurz mal mit Carlo reden. Carlo winkt uns mit dem Kopf zu der kleinen Tür an der Seite der Bude. Was ist los? fragt er. Was ist passiert? Mia erzählt ihm schnell von einem Anruf, den Schulze und Schröder bekommen haben. Und dass Schulze zu dem Anrufer Boss gesagt hat, bevor er sich auf den Weg zum Weihnachtsmarkt gemacht hat. Sie müssen also irgendwo hier sein, aber wir haben sie noch nicht gefunden. Aber dafür wissen wir jetzt, wer der Boss ist, sage ich. Er steht vor der Kirche zwischen den Krippenfiguren. Carlo tritt einen Schritt auf den Platz hinaus. Pass auf, dass er dich nicht sieht, sage ich noch. Aber Carlo zuckt mit den Schultern und sagt, da sind nur Maria und Josef und die anderen Figuren. Sonst ist da niemand. Was? ruft Mia. Was? rufe ich auch. Carlo hat recht. Der falsche Klemmler ist verschwunden. Weit kann er noch nicht sein, sage ich. Los, komm, wir müssen ihn suchen. Ich kann nicht weg hier, erklärt Carlo. Völlig unmöglich, sonst flippt mein Vater total aus. Er zeigt auf die Stange, die sich schon wieder vor der Pizzabude gebildet hat. Ihr müsst das allein durchziehen, Leute. Sagt mal, meint er dann plötzlich. Habt ihr eigentlich kein Handy? Dann können wir uns angerufen oder Nachrichten schicken, wenn irgendwas ist. Nein, antwortet Mia. Es hat auch etwas damit zu tun, dass wir nicht so viel Geld haben und uns gemutzt hat außerdem etwas gegen Handys. Schön blöd, sagt Carlo, aber Tüte städter. Hier bei uns hat jeder ein Handy. Caruso guckt deutlich leicht, als er neben uns hertrottet. Wenn der Boss über den Platz verschwunden wäre, hätten wir ihn im Carlos-Budu aussehen müssen, überlege ich laut. Also gibt es nur eine Möglichkeit. Mia nickt. Die Kirche. Genau, sage ich. Aber da dürfen wir mit Caruso bestimmt nicht rein. Also müssen wir ihn... Irgendwo anbinden, ist doch klar. Am besten bei der Weihnachtsklappe. Zwischen den Tieren fällt er nicht weiter auf. Was denn denken Max und Mia in der Kirche? Lies morgen weiter. Das werden wir tun. Es wird ja jetzt natürlich ganz spannend. Wir wollen natürlich wissen, was passiert. Und deswegen sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Ciao.